Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 auf der Galkenberg-Soo. Jetzt haben wir ja hier ein bisschen Silage reingeballert. Man sollte so runter machen, wenn man rausfährt. Goldbarer sein habe ich gehört, aber wie gesagt habe ich nur gehört. Ich habe da aber noch einen. Wir haben uns an den Herd gepikst. So. Let's go. So. 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 Was haben wir hier drinnen? Heu könnten wir jetzt noch. Silage und Heu kannst du hier pausenlosen nachscheuern, nach schießen. Ich brauche mal das da. Das macht nicht, dass da brauche ich. Ich mache jetzt erst mal 2 Heu auslagern. Was lockern? Ist vier hier ausgelockert oder? Wenn ja, schubst du noch mit zwei Reihen wieder. Geht, hallo. Sind die Hühnerblatt mit Tellerworter ja sowieso schneller oder was? Gibt es da noch nicht drin? Überstärke? Ein. Ich habe mir einen Silageballen aufgelöst. Gehen wir da drin? Jo. Ist wieder der Grasballen. Bloß den lege ich jetzt erstmal hierher, der reift. So. Haut mir immer wieder den Ballen raus zum Mäusemelken. So. Jetzt gehen wir uns mal rein. Auslockern. Und rein. Auslockern. So. Ich glaube, da habe ich fast genug Silage. Und dann hier. Ich schön füttern können. So. 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 Die ist noch voll. So. 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 fahren wir weiter. Fördermischen erstmal. So. 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 Feoundstemmelse. So. Ach. Das ist also des Westens. So. Mal. ? ? Ach, den brauchen wir am meisten. Der Stroh ist so bis zum Strecken drin. Oh, Atake. Ups, schon wieder hingeblieben. Oh. Ich muss jetzt ganz dringend Silageballen machen. Oh, jetzt wird das Meisten reingeschmissen. Oh, jetzt wird das Meisten reingeschmissen. Oh, vielleicht geht er aus Mischfutter aus. Ne, es ist voll. Warte, wo ist denn? An. Ne. Oh. Geht nix falsch. Okay, komm mal rum. Schubsen. Mischfutter ist ein bissl was drin, aber nicht als zu viel. Und wenn das alles wäre ich dann höchstwahrscheinlich auf Getreidischrot umsteigen, schmuggelst dann die Mühle holen. Okay ich go mir das schon mal schmugeln. Ich geh an eben. Soh ja, soh ja doch mal raus. Was das ist denn hier? Den Dreham ist sowieso. ich gehe daneben so Was ist denn noch so Fendt GT? Fendt GT? Oder habe ich die vom Dingsbüfen dabei? Ja, kostet 35. So, da sind jetzt 36. Puh! Das ist mit der Pleite danach. Da wäre ich dann nachher schon wieder Pleite. Da habe ich noch einen Kredit gelaufen. Edit. Ja. Pachten und Kredit hier. Da habe ich schon 300.000. Da kann ich noch einen Kredit aufnehmen. Von 100.000. 100.000. Ah, jetzt ist es bestimmt. Oh. Hm, ich will schon hin. Ein Gnade. Ein Gnade. Ein Gnade. Ein Gnade. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. I hope you didn't learn nothing. I hope you don't know. 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 I hope you don't know.